Der warst ein Waller-Kill, Dalo? Ne, der lag da schon, aber ich habe erst noch geduscht und die Kabel verbunden. Ja, verstehe ich. Dann habe ich reportet, als das Licht ausging. Ich habe irgendwas kaputt gemacht anscheinend. Hasse euch alle, habe ich schon gesagt, aber das wiederhole ich irgendwie. Ich bin so nett zu Maloui und trotzdem hasst er mich. Ich lobe ihn für seine Plays, ich vote ihn nicht, ich versuche ihn zu rächen. Ich bin einer von den Guten und... gehört damit zu. Enttäuschend heute, enttäuschend, aber lustige Runden. Es ist schön, wenn man so ein bisschen Faxen macht, wenn man einfach ein bisschen Spaß hat. Aber ich muss jetzt Julie protecten. Ich muss, also ich bleibe jetzt einfach bei Julie. Ach man, Julie ist bestimmt schon tot, weil hier so viele sind. Wo spawnt eine Julie immer? Ach, Max. Er ist einfach zu dem Vent gegangen, oder? Julie, Julie. Komm nicht als erstes sterben. Baloui, Baloui. Gipi, Baloui. Gipi, Baloui. Gipi, Baloui. Oh. Kann mal bitte irgendjemand seine Community können fassen bei Julie? Ich war das nicht, ja? Durch die Handwerk. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich würde Julie ausschließen. Ich sag Franzi was. Ich sag Franzi was. Ich sag Franzi was. Ich glaub ich hab den Kill of Thames gesehen. Das hab ich ja schon lange nicht mehr. Ich war im Cocktail. Ich war im Cocktail. Dingsraum. Würde ich. Dingsraum. Genau. Wir waren eigentlich in Electrical. Ja, genau. Ja. Ja. Wir können es natürlich auch Dingsraum umtaufen, wenn ihr das. Was war das denn? Keine Ahnung. Franzis Hanslar. Seitdem die da so einen komischen Kompressor hat und ein Hamstervorrat ist alles ganz guckig. Okay, also gut. Das kann ich ausschließen. Ich kann mich auch ausschließen. Ich kann mich auch ausschließen. Also ich hab im ersten Satz immer so wie meine ganze Sportgruppe. Ich kann Julie rausnehmen, die ist im Cockpit gewesen und dann nach unten gelaufen. Ich hab ihr bei den AKs so geschaut, bin nach oben rausgelaufen und da lag. Also hat Julie Baloui getötet? Nein, nein. Julie ist nach unten weitergelaufen, ich bin nach oben weitergelaufen. Julie Baloui ist in diesem Cockpit? Julie war im Cockpit, ist dann zu den AKs gegangen, hat die AKs gemacht und ist dann runter und ich bin oben wieder rausgelaufen. Dann bist du mir vorbeigelaufen, Julie. Hm. Kann sein. Ja. Okay. Ich glaube, ich hab Gipi auf frischer Tat ertappt, wer Baloui wahrscheinlich on cams gekillt und einfach Baloui töten wollte und das nicht gesehen hat. Wahrscheinlich sind Gipi und Julie dabei kommen, dann machen wir das auch jetzt nochmal. Dann mach ich mit. Dann hätte der Kunde einen Abstich machen können. Das heißt, als ich mit Julie hinter den AKs war, bist du wahrscheinlich da oben reingekommen. Nee, da muss ich oben bei den Eagles schon gewesen sein. Okay. Keine Ahnung. Was? Soll was? Fürs Hamster quälen. Der Zorn des Mayers! Okay, dann mach ich einfach mal ne Task und wenn ich gekillt werde, werde ich gekillt. Dann halte ich mich aus der Lösung des Falls raus. Aber sowohl Julie als auch Divi wurden heute sehr sehr oft als erstes gekillt und dann jeder soll hier mal spielen. Es geht um den Spaß. Das war auf jeden Fall Gipi. Und auch die Early Salonage spricht für die guten Jules. Gipi wird jetzt wahrscheinlich mich holen, weil er denkt, ich würde es verraten. Aber eigentlich hätte er mitkriegen können, dass ich ja gar nicht geredet habe. Ich glaube, ich gehe trotzdem mal weg. Ich habe ja gesagt, ich habe den Kill on Camps gesehen. Er hatte gesagt, oh was? So was? Wie ist Julie bitte hier hingekommen so schnell? Leute, ich habe übrigens eine ganz wilde Überraschung. Wie ist deine ... ... ... ... ... ... Mal sehen, ob ich richtig fliege. Oh. No. Ach, das war Items. Was war das denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Items liegt unten Security Camps, ne, da wo du vorspulst, die Kassette. Und Devi, falls du dich wunderst, ich bin da extra rumgelaufen, weil ich gucken wollte, ob ich irgendwo nur einen sehe und ich hab die Leiche gesucht, aber ich hab nicht gesehen, dass sie erst rechts an dem Tisch lag, weil ich vorher schon den Report-Button hatte. Mhm. Du musst die Zeuge spuren, da ist eine andere Schwäche gestorben. Mhm. Ja, aber das Licht war doch aus, du hättest doch eh niemanden sehen können. Ja, aber ich hab ja diesen kleinen Radius, deswegen bin ich ja dann da so rumgelaufen und hab geguckt, ob ich den irgendwo sehe und dann hab ich gesehen, dass der da unten rechts an dem Tisch liegt und bin dann nochmal auf einer Runde gelaufen und dann kamst du da runter. Ja, er liegt wirklich an der Spultask, bin reingekommen und ja, hab dann noch einen kleinen Lichtkegel Neo auf der Leiche stehen sehen. Grün. Haben wir ne Ahnung, wann die Leiche tot war? Also, wann er gestorben? Also ich bin von ganz links gekommen, ich hab da mit dem Handy gespielt, hab versucht guten Empfang zu kriegen, hatte auch direkt irgendwie Perfect Empfang. Dann hab ich noch Burger gemacht, damit wir was zu essen haben und dann bin ich ganz rüber und dann hab ich Items gefunden. Julie, weißt du wie lange der tot war? Weil du warst ja vorher irgendwann Lifelines glaube ich, oder? Genau, und da war noch niemand tot. Okay. Also mir kam gerade, war das nicht Divi und Vex, die mir da in den Kabel gekommen sind? Also GP ist safe. Ich kann sagen, GP ist safe, unschuldig. Ja, GP hab ich auch gesehen. Also ich war halt kaputtlich sein gemacht, rechts. Ja, hab ich gesehen. Und Divi ist auch unschuldig, glaube ich. Ich hab nur ganz am Anfang irgendwie alle gesehen und dann niemanden mehr. Ich hab am Ende GP und Vex gesehen. Ja, also Julie und ich hätten uns locker killen können, wenn wir es gewollt hätten. Nee, Dado war glaube ich auch rechts, oder? Was ist mit Grün? Nee, du warst rechts. Vor mir ist übrigens jemand gewendet. Was ist mit Grün? Oh Mann! Ey, ich krieg nicht mal nen guten Burger, wenn ich hier auf dem... Ja, obwohl doch. Da kann man viel runternehmen. Das schmiert Julie. ... ... Ich versuche jetzt noch rauszufinden, was Weck sein könnte, weil Wecks hat eine komische Aussage gemacht. Wenn ich davon ausgehe, dass Gipi ja den Kill an Baloui gemacht hat, um... Da komm ich noch. Ich muss ja noch Kabel verbinden. So. Ja, die sind für böse gehalten. Na, so wieder zu. Äh, Andi ist tot. Oh. Wo liegt der? An der Dusche. Ich muss den erst rausziehen, damit ich noch dusche. Ja, Divi wollte mich gerade umbringen. Nee, wollte ich nicht. Ich habe mich gefragt, nein, ich habe mich gefragt, warum du da einfach so stehst. In einer Stelle, wo nicht mal eine Task ist. Merkwürdig. Ich habe Divi und Franz sie allein gelassen, bin dann abgehauen und... Ach, jetzt ist aber keiner von beiden Türen. Aber Wecks hat doch Divi eben rausgenommen, safe. Das heißt, Wecks ist safe, äh, Divi ist safe und ich bin safe. Hm, Wecks hat auch Gibi safe rausgenommen, das war krass. Ja, ich musste auch ein paar Hindernisse für überqueren. Franzi, warum standst du denn einfach so mitten in der... Da ist ein Download, du bist voll. Ja, aber nicht in der Tür. Also, Franzi stand da schon echt weird. Ja, eben, deswegen habe ich geguckt, was sie da macht. Du machst das schon, Divi. Ist dir irgendwie im Explosion explodiert? Ja, stand da echt weird in der Tür. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob es vielleicht ein Warlockkill sein könnte. Wo war der Kill? Wo war denn der Kill? Ah ja, in der Dusche, hast du gesagt, ja? Ja, 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 da lag die Leiche zu mir. Ja, war es ein Warlockkill, Dalo? Nee, der lag da schon, aber ich habe erst noch geduscht und die Kabel verbunden. Dann habe ich reportet, als das Licht ausging. Ich habe irgendwas kaputt gemacht, anscheinend. Ja. Also, ich habe in der Runde davor komische Sachen gesehen. Was hast du gesagt, die komisch waren? Da war Licht aus. Ich habe mich bei Electric verlaufen. War in diesem komischen Mittelraum, wo du ja irgendwie nirgendwo hinkommst, außer du musst wieder nach oben aus. Dann laufe ich erst durch Dalo durch, der da irgendwie rumstand. Ich musste ja die Sieben ziehen. Ja, ja, okay. Danach laufe ich durch Gipi durch, der da auch einfach rumstand. Der hat auch die Sieben die Wand gelaufen. Merkwürdig. Ich habe ohne Scheiß, ich habe versucht, oben in den kleinen Raum zu kommen. Aber ich bin immer in die Wand gelaufen, weil ich so lachen muss. Ich sage, Dalo ist merkwürdig drauf. Ich glaube, Dalo ist safe eigentlich. Ich glaube aber auch irgendwie, dass Vex... Vex nimmt ganz schön viele Leute in Schutz, oder? Vex ist die falsche Team, glaube ich. Ja, ist das nicht was Gutes? Nee, Vex ist im richtigen Team. Das kennt man gar nicht. Ich glaube, kann es sein? Na, ich möchte, meine Gäste sollen richtig sein. Also, Kundran ist Crewmate. Für mich... Wir können halt auch irgendwann mal ein Jackal haben. Das kann schon sein. Gipi hat Judy direkt in Schutz genommen. Das war klar. Aber Vex nimmt Gipi relativ viel in Schutz. Gipi relativ viel in Schutz. Ich habe den Spy gefunden. Oh, es sind zwei Tore. Das ist jetzt aber belastend. Hobby Report. The corpse is too old to gain information from. Das ist krass. Der ist eigentlich gerade das Ungefallen. Hä? Wie geht das denn? Der ist mit einem Fuß noch im Vent stecken geblieben. Irgendwie finde ich das Sass da, du. Was denn? Ich habe dir das vorgelesen, was ich aufgeschrieben habe. Ja, aber das... Du... Also, wir hätten ja noch einen Evel Gesser wahrscheinlich drin, oder so. Oh, das wäre voll doof für mich. Aber wie kommst du drauf, Franzi? Es hat noch keiner gegessen. Ja, es ist aber noch nichts anderes passiert. Ja, Franzi, wie kommst du drauf, hä? Es ist ja noch nichts anderes passiert. Sie weiß sehr explizit, was hier abgeht. Ich weiß auch, was abgeht. Ich weiß auch, was abgeht. Weißt du es auch, Franzi, was abgeht? Ich weiß auch, was abgeht. Was geht denn so ab, Franzi? Also, es ist das Beinert. Also, ich glaube, da muss ich... Wir sollten jetzt langsam den Mörder finden. Ich habe halt nur eine Leiche schon wieder gefunden. Ähm... Also, ja. Die Runde ist irgendwie komisch. Ja, die ist komisch. Ja, die ist komisch. Also, ich hatte... Ich bin ein Wex hinterher gelaufen. Ich habe seine Fußsprung gesehen. Die sind bis zu einem Vent, sind die gekommen. Und dann war er weg. Bin mir ziemlich sicher. Er ist da reingehüpft. Also, ich glaube... Was? Ich glaube, Divi ist es nicht, weil... Okay, Divi... Divi habe ich zweimal gesehen. Sie hat mich gekillt. Okay, wer ist es? Wer ist es noch nicht? Ich. Nee, jetzt... Also, Julie nimmt Divi raus. Divi, wen nimmst du raus? Du darfst nicht zurück rausnehmen. Ja, toll. Wow. Aber du bist die Einzige, die mich auch hätte killen können. Ja, aber du darfst nicht zurück rausnehmen. Wen nimmst du raus? Gippi habe ich die ganze Runde nicht gesehen. Dich, glaube ich, auch nicht wirklich. Franzi ist komisch. Ja, also, wen von uns drei nimmst du raus? Gippi, keine Ahnung. Gippi, wen nimmst du raus? Ich nehme dich raus. Dann müssen wir Franzi über uns. Nee. Nein. 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 Gippi. Wir können uns alle rausnehmen. Du bist nicht ein Jaster, oder? Oh Gott. Oh Gott, sie hat uns outplayed. Sie hat uns outplayed. Wie die Kette. Alter Schwede. Sie wird übrig. Sie hat uns einfach outplayed. Sie hat uns einfach outplayed. Ja! Ich habe am Anfang die Kameras durchgeschaltet. Und dann habe Gippi gesehen, wie er war Louis King. Ja, ja, ja. Oh! Danke, Henry. Danke, danke, danke. Na klar, gerne. Und Gippi sagt so direkt, ich nehme Julie raus. Und ich so, okay, also Julie und Gippi sind wahrscheinlich Imposter. Nein. Nein. Nein, ich wusste nicht, dass... Also, tatsächlich wollte ich Julie rausnehmen, weil ich nicht wusste, ob sie Spy ist oder nicht. Ach so, das war so für mich so. Ich dachte, du hast was gecheckt. Ich habe, ich habe als erstes, weil ich gesagt habe, glaube ich, habe ich gesehen. Ich wusste, dass du gewusst hast. Ich wusste, dass du, dass du weißt, dass ich der Killer bin. Vor allem bin ich in der nächsten Runde auch hingegangen und das erste, was ich gemacht habe, habe ich auf die Cam geguckt und dachte, scheiße, ihr habt das wirklich gesehen. Oh. Nein. 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 Ja, es war knapp. Wir hätten jeden rausnehmen können, außer Franz. Ja, das wusste ich nicht. Ich hatte einfach mitgemacht. Du, wie du mich eben bei der Dusche gekillt hast, es gibt hier einen Raum weiter nach links zu den Fotos gelaufen, stand oben in der Ecke. Du bist auch in den Raum gelaufen, hast du den da nicht gesehen? Nee, ich hatte die Fotos entwickelt, die ich vom Tatort gemacht habe. Aber da, du hast, also, vor allem Wex, das Problem war, ich wusste bis zu dem Moment nicht, ob Wex wirklich Spy ist, weil er jetzt jeden, jeden gesagt hat, jo, du bist cool. Jo, du bist voll. Wex hat mich zu dem Wendt gemacht und ist da reingesprungen. Hat er bei mir auch? Hat er bei mir auch? Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, du kleinen Blick. Du hattest Wex gerettet. Ja, das kann doch nicht. Ich hoffe, dass ich hier nicht. Das kann doch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.